Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Kommenden Samstag kommt das große Horoskop für den August 2022. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Die Flaute von gestern liegt hinter Ihnen. Heute ist ein brandneuer Tag. Gehen Sie ihn mit einer ganz neuen Einstellung an. Sie können sich auf vieles freuen und Sie haben das Potenzial, eine Menge zu erreichen. Nichts ist jenseits Ihrer Möglichkeiten. Gesundheit Ihre Emotionen könnten Sie in diesen Tagen davon abhalten, Ihren Impulsen zu folgen, und das könnte Ihren Stil beeinträchtigen, aber machen Sie sich keine Sorgen. Lernen Sie, Ihre Momente der Auszeit zu lieben und nutzen Sie sie, um darüber nachzudenken, was Ihnen wichtig ist. Vielleicht haben Sie mehr zum Nachdenken, als Sie sich selbst Zeit geben. Das ist ein weiterer Grund, warum es gesund ist, ein regelmäßiges Sportprogramm in Ihren Zeitplan einzubauen. Es ist nicht nur ein Training für Ihren Körper, sondern auch eine Chance für Ihren Geist, sich neu zu sammeln. Liebe Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Führen Sie ein Tagebuch Das klingt zunächst nach einer sehr eintönigen Gewohnheit, aber wenn Sie sich darauf einlassen, wird dieses kleine Buch zu einer großartigen Möglichkeit, Ihre Gedanken zu ordnen und Ihre Entwicklung über die Jahre hinweg zu verfolgen. Die meisten von uns liegen ohnehin nachts wach im Bett und denken über die Ereignisse des Tages nach. Warum sollten Sie diese Gedanken also nicht in geordneter Form dokumentieren? So können Sie zurückblicken und beobachten, wie sich Ihre Denkweise im Laufe der Zeit verändert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen! Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Verpassen Sie morgen nicht Ihr neues Horoskop. Bis dann!